Hallo, in diesem Video möchten wir euch den GDVAC 2 Pro Saug- und Wischroboter vorstellen. Das brandneue Modell von GD nutzt zum ersten Mal eine besondere Wischtechnik. Mit oszillierenden Bewegungen schafft es der Roboter auch hartnäckige Flecken zuverlässig zu entfernen. Die kreisförmigen Bewegungen ähneln dem Wischen von Hand. Bisherige Wischroboter-Systeme hingegen arbeiten mit Vibration, ähnlich wie man es von Zahnbürsten mit Sonic-Vibrationssystem kennt. Der GDVAC legt sich selbst eine Karte des Raumes und plant einen effizienten und lückenlosen Pfad für die Reinigung. Er erkennt nicht nur Hindernisse und Gegenstände auf dem Boden, sondern meidet auch enge Räume und niedrige Lücken unter Möbeln, in denen er stecken bleiben könnte. Zudem ist er in der Lage, die Art des Untergrunds zu unterscheiden. Im Saugmodus wählt er auf Teppichböden selbstständig eine höhere Saugleistung, während er sie im Wischmodus komplett umfährt. Die GDVAC erlaubt die individuelle Anpassung der Einstellung, zum Beispiel für verschiedene Verschmutzungsgrade. Weitere Features Starke Saugkraft auf Glattböden und Teppich Sehr guter Staubrückhalt durch HEPA-Filter Starke Akkulaufzeit Den Link zum Produkt findest du gleich unten in der Produktbeschreibung.